Jo, Leute willkommen zur weiteren Folge auf meinem Kanal und ja, heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar gibt es heute mal ein Gameplay, was ich in der letzten Zeit aufgenommen habe und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Runde geworden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn euch die Runde gefällt. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Puzzlewertung und ein Abo da. Könnt man auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal in der nächsten Zeit nochmal so welche Gameplays veröffentlichen soll, einfach zusammengeschnittenen Gameplays. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren und ja, sonst würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Lasst auf jeden Fall, wie schon gesagt, einen Like. Eine Puzzlewertung und ein Abo da. Bin mir auch immer sehr, 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 sehr freuen, dass wir bald die 100 Abos vollbekommen würden und ja, sonst würde ich mal sagen, ich hoffe, euch gefällt die Runde und ja, viel Spaß. Blauer, ey. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Links von uns. Bei mir? Ja. Meine Fresse. Wo sind denn die? Bei mir, Tim. Man, es sind welche? Man, es sind welche? Up, einen down. Oh, einen down. Nice. Oh mein Gott. Der ist hier drin, der ist hier drin. Der ist Deckhander. Takes the damage, Alter. Bring mich um, Junge. Da ist hier drin, der war da am Camping, glaube ich. Oder, nee, das war der, oder? Ja, kann sein. Bisschen schnell, bisschen, bisschen schneller für mich. Bisschen, bisschen schnell für mich. So. Oh! Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hast du alle bekommen, Alter. Du, Legenda, Junge. So. Oh, Depp, wo habe ich das denn hier? Da. Zack, Alter. Ich finde so scheiße, dass der hier keinen Sound mehr hat. Ja. Wirst du eh, wirst du eh. Mikrofon muted. So, so. Er steht so aktualisiert dort. Ich denke mir so, nice. Haben Sie mal aktualisiert, dass kein Sound mehr über den Modes gibt, Alter. Das dachte ich auch so. Wurde so endlich... Diese Aktualisierung, Junge, das hat mir noch gefehlt, Junge. Ja, ja. Ja, Mann. Die hat richtig was gebracht. Das hat die Weltgeschichte verändert. Das Ding ist, eigentlich fixen sie welche Bugs eben innerhalb von, weiß nicht wie viele Stunden, irgendwie noch gar nicht gefixt, Alter. So eine Minute, oder? Ja, ja. Du musst eigentlich nur den Sound wieder einfügen, wenn man das macht. Ja, ja, eben. Das verstehe ich eben nicht. So, hier noch ein Mailpack für dich. Oh, äh, Dicker? Ja. Guck mal. Pass auf, das ist eine Falle, die vielleicht rein. Na. Ich guck ja immer nach, Musliminister. Ah, Junge, ich glaub, die sind alle runtergefallen. Digga, zwei Dicke, ja, guck mal. Hahaha, da hat jemand richtig hart reingetrollt. Äh, warte mal, wie viele Biggies sind das? Ja, nehm ich den Biggie mit, boy. Oh, ne, weil das ist die Midi-Picke, kann ich auch noch mitnehmen. So, okay. Bruder. Boi. Bruder. Dab, wie ist sie da? Ich werde nicht weitergehen. Nasenbluten, Nummer 10. Kannst du mitnehmen? Kann ich mitnehmen? Ich finde, so explose Sachen bringen halt überhaupt nichts mehr seit dem Update. Ich habe jede im Late-Game, ja maximal 30. Geh nach, geh nach. Teletraus. Ja. Ne, das war hier unten, Digga. Alter, Junge, was hast du für Sounds, Alter? Ich höre nur ein bisschen rechts vorne hinten. A round sound. Ne, äh, Teletrauschen, wenn du kleiner mit deinem Loot lagst. Ich wollte doch mal ein Recht. Ja. Pass, pass, pass. Hey. Was? Einer da. Ah, meiner. Da hab ich mich geesealt, Alter. Zuckerbläde, den Nachrui. Zuckerbläde. Mai, tu, wk, wo hat er die Video, ah? Man legt ja noch Loot, hier liegt nur Loot. Ich kann alles. Timo, wk, wo hat er die Video, hm? Ähm. Ich glaube, das war der ganze Loot von hier. I don't have. Wie viele Geschwister hast du bitte? Vier? Äh, drei, ah, zwei. Ignorier sie bitte einfach, okay? Wie alt sind die? Vierzehn. Meine Geschwister sind alle über zwanzig und ich bin zwölf. Ja, ist doch eh schön. Sind die ausgezogen, oder? Ja. Findest du schade oder schön? Schön. Mehr, hab ich mehr von der 400K Leitung verloren. Alter. Ich hab eine 50K Leitung, die von zwei anderen Brüdern dauerhaft benutzt wird. Das ist erstmal schön. Erster Grund. Zweiter Grund. Meine Brüder nerven die ganzen Zeit, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du dir einfach nicht vorstellen. So, okay. Es leben noch 10 Gegner. Ich verstehe nicht. Viele Leute auf diesem Teamsweek, mit denen ich manchmal spiele, die schätzen mich einfach auf 14 oder 15. Wie alt bist du? 12. Ich hätte jetzt keine 14 geschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Wie alt? Ähm, auch so mit 12 rum. Ich kann das vielleicht eher besser einschätzen, aber ich kenne halt viele Leute, die halt so jung sind. Vielleicht kann ich das ein bisschen besser einschätzen. Vielleicht kann ich eher Stimmen besser einschätzen. Auf welchem Berg willst du rauf gehen oder willst du einfach rüber? Ja, da unten ist einer. Komm zu dir, pass auf. Soll ich Granat mehr fangen, oder? Das war's komplett. Find dich nicht gut hier. Ich find's schön. Der war absolut One-Shot und dann machst du so'n Miebe. Don't, don't, don't. Ich hoffe, die töten dich. Ne. Ich will einen neuen Mate haben. Ne, ne, das kriegst du nicht. So. Find ich nicht. Er hat 4 Kills. Ich 3. Mhm. Ja, Abstand macht Spaß, Alter. 300 davon abgestockt. Okay. Mit Main, glaub ich, da vorne. Headshot. Quickscope, das Jahrhunderts, Alter. Meine Sniper musste schon wieder nachladen hier. Und du hast mich komplett getötet, grad mit deiner ZS. Echt? Ja. Ist aber schön. Da vorne lag noch irgendwo ein Chuck Chuck. Kannst du haben, wenn du möchtest. Hat er noch Equipment oder sowas? Weiß er nicht. Bei mir ist keiner mehr um. Eigentlich muss ich so hart pissen gehen, also... Wir könnten mal kurz ne kleine Pause anlegen, wenn du möchtest. Ja, mach. Ich würde sagen, wir legen kurz ne kleine Pause ein. So, ich komm zu dir. Nice. Äh, geh nach. Ich hatte einen Spiel. Satp, 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 zu schießen. Hey, ich muss ich this game benutzen. Ich muss nur auf das Spann. Ich muss nur zuince tun. Was denn, was denn? Ey, komm mal schnell, geht rein, geht rein, ich finde nichts. Meine Fresse, der finisht einfach. Bruder, der war one shot, du hast einfach reinschießen sollen. Hab ich ja. Ja, nach ich tot war. Ja, Sekundenreaktion, boy. Wo war der andere jetzt? Ja, den hab ich geholt. Der andere hab ich ein 180er Pumpkit gegessen. Ja, aber der andere, den ich da genuckt hab. Da ist er. Das war's mit ihm. Komm, Runde wird easy. Junge! Du bist so gut. Meine Fresse, Alter. Ich bin so gut, ich bekomm immer Fallschaden. Kannst du kalkulieren? So. Ich kann das so hart kalkulieren, oder? Extrems, Junge. So. Ja. Ey, was siehst du denn irgendwo, oder? Ja. Als ob du den nicht siehst. Wo ist denn der? Ja, bist du behindert? Da steht er die ganze Zeit. Siehst du ihn nicht? Halt die Fresse, Junge. Ja, guck vor dir. Ich seh, ich seh keinen Gegner, Junge. Ich hab das so behindert. Ich seh da keinen. Ich seh da keinen, boy. Mal gucken, wann du ihn siehst. Sag mir doch, wo der Gegner steht, Junge. Nee, du hast mich eben sterben lassen. Seh ich nicht ein. Das siehst du nicht, das siehst du nicht so ein. Na klar seh ich ihn. Der steht da die ganze Zeit rum, ist komplett Brain aufgauen, du siehst den nicht. Hä? Hä? Wiss ich fach? Alter. 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 Der steht niemals die ganze Zeit rum. Alter. Never. Never, never malen. Als ob du so blind bist. Dicker. Jetzt mal we talk. Was hast du für ne Seh... Hast du ne Sehschwäche? Okay, ich glaub du hast wirklich ne Sehschwäche. Du bist grad dreimal dran vorbeigelaufen. Beziehungsweise hast vorbeigeguckt. Der stand da die ganze Zeit und du hast ja nicht gesehen. Ah! Ah! Ich hab's 300 mal gesagt. Hä? Der stand die... Ich hab's doch gesagt vor dir. Der war da am Busch. Lol. Hä? Jetzt sag das doch zu dir, dass der Busch ist, Junge. Lol. L... Alter. Hä? Ich hab den nicht gesehen. Ja moin. Das ist wieder komplett mit der Runde, Alter. Ja... Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'mma do it all for you, come along you see its true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too, I'mma put a ride on ya, came from California, trying to make it alive in school that never taught ya, dreams of my own, happen working from ... Untertitelung. BR 2018